Musik Unsere Mission ist mehr Leistung, bessere Regeneration, weniger Verletzungen mit der richtigen Ernährung für Fußballer. Wir haben ein ganzheitliches Ernährungskonzept gebaut für alle Phasen des Trainings und Spiels, Produkte für davor, währenddessen, danach, Produkte, dass eine Verletzungsanfälligkeit reduziert wird, Immunsystem gestärkt wird. Darüber hinaus haben wir noch einen Expertenbeirat bei uns an Bord. Da sind Sportmediziner mit drin, auch Ernährungswissenschaftler. Leute, die uns immer wieder auch Insights geben aus der Praxis, aus der Zusammenarbeit mit Fußballern und Fußballerinnen und dementsprechend die Produkte auch kontinuierlich weiterzuentwickeln. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020